Hallo Leute, hier ist wieder euer Shinigami und ja, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Oh, äh, nee, ach klar, zweiter Weihnachtsfeiertag. Geil! Nein, äh, ist der zweite Advent. Nee, ne? Doch? Nein, ist der zweite Dezember, ist ja egal. Und der erste Advent. Oder lieg ich jetzt falsch? Ah, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ja, ähm, hier ist ein Weihnachts-Special eingeführt worden. Mal sehen, ob ich es hier gerade finde. Hier, genau. Äh, ihr findet Geschenke in euren Geschenkboxen. Das Wolf Team wünscht euch viel... Wünscht allen Spielern frohe und besinnliche Festtage. Vor allem mit einer Gun rumrennen und sonst was. Ja, ähm, ist ganz cool. Ähm, ja, gestern, da habe ich ja leider nicht aufgenommen. Ähm, aber ich werde jetzt so, äh, äh, Advents-Specials versuchen. Ähm, das letzte Mal war bei... Ja, hier. Da gab's ein, äh, Sniper-Gewehr mit Flammen drauf. In... Also hatte ich zumindest. Und ein paar andere auch. Aber ich glaube, das gibt's auch noch zum... Hier, genau das hier. Also dieses, äh, I-115-T-Flame-EC, ähm, das ist das Gewehr, was ich letztes Mal hatte. Und dieses Mal, ähm, also da haben wir jetzt das Motum, das Bode, ja, dann habe ich sie hier. Äh, die Adriana Tenorio hat natürlich, äh... Ach was. Ach so, äh, hm, naja, gut. Heißt dann, ich spiele am besten, äh, beim roten Team. Ansonsten hat sich nichts verändert. Ach, meine MP läuft, also meine Mac läuft bald ab. Vom Dingens her. Ähm, ich hab mich länger gekauft. Muss ich, äh, nochmal machen. So, was haben wir denn da? Ähm... Oh, das sieht... Autsch, das, äh, nein. Es sind so viele gute Leute drin. Ähm, ja, das sieht auch gut aus. Geh ich auch mal auf bereit. Warten wir mal kurz. Mal sehen, wann ich im Spiel drin bin. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ähm, das kriegt ihr natürlich nicht mit, wenn ich das Ganze schneide, aber, ähm... Ja, es hat ewig gedauert, bis ich ein Spiel gefunden habe, wo ich einsteigen konnte. Äh, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, in fünf oder sechs, sieben Räumen wollten die Leute einfach nicht das Spiel starten. Und, boah, keine Ahnung, das nervt so an. Oh, shit. Oh, das war... Oh, ich bin sogar im roten Team, also im richtigen Team für meinen Charakter. Äh, ja... Ähm... Ja, läuft gerade nicht so, da läuft es gerade eben besser. War da nicht einer? Hm, komisch. Ähm... Ja, gerade eben lief es besser. Da hatte ich... Der Beste, aber... Ach, du Kacke. Irgendwie läuft hier gerade gar nicht so, wie es sollte. Oder es sind einfach nur, äh, Pro-Spieler mit, ähm... Ja, mit ihrem Zweitcharakteren. Oder dritt, oder fünft, oder zehnt, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft die, äh, wie oft die anfangen und alle mit Gold spielen und, boah, das ist so ätzend. Aber okay. Ähm... Da oben habe ich einen gesehen. Dachte ich zumindest. Manchmal kann man die so dann immer ausräuchern. Aber... Okay... Red Team ist jetzt gewinnen. Ich habe einen Abmarsch gemacht, aber ich habe... Was? Ich habe den doch... Boah, das geht mir jetzt gerade mal voll auf den Keks. Ich weiß auch nicht, warum, aber... Alter! Irgendwie scheint da jemand eine ganz geile Waffe zu haben. Okay. Kriege ich den? Äh, nein. Red Team ist jetzt gewinnen. Aber, äh... Alter, was ist hier los? Gerade eben war ich saugut und jetzt bin ich hier so total verreckt. Hm, was ist da passiert? Was ist passiert? Mal sehen, ob ich da einen mit der... Aha! Sneak Attack! Baby Wolf! Ich habe ihn genau getroffen. Ey, irgendwas läuft hier falsch. Was für Gewehre haben die denn da? Irgendwie durch ein... Irgendeine Einstellung oder sonst was bekomme ich das auch gar nicht mehr mit. Ich kriege das gar nicht mehr angezeigt. Also, irgendwie läuft hier gerade überhaupt nicht. Aber, okay. Ähm... Hm, der ist genau dasselbe wie ich, also von daher... Äh... Naja. Mal sehen, was ich hier so anstellen kann. So, ich kann eine Granate da hinten öffnen. Warte, da kommt er gleich raus? Verdammt. Bleibt da. Okay, ich sollte gucken, dass ich hier... Wow, ein Stich und ich habe ihn erwischt. Hm, ja gut. Das lief jetzt besser, aber... Immer noch nicht so gut. Mal sehen. Vielleicht geht er ja noch nicht mehr. Wow. Ähm, gut, das war einer von den... Wow, das war ein richtig guter. Äh, hatte ich gerade bemerkt unten. Manchmal verschwindet die Anzeige einfach. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm... Okay, das war keine gute Idee. Außerdem wurde ich von hinten abgeschossen. Ähm... Blue Team ist jetzt gewinnt. Hallo? Kann hier nicht irgendjemand mal... ...den Kollegen den Rücken frei halten oder sowas? Okay. Irgendwo war da eine Granate. Na, wenigstens habe ich ihn gerade umgeschossen. Ähm... Äh, weiß irgendwie nicht. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser blöde Charakter hier stirbt. Irgendwie viel einfacher als... Blue Team ist jetzt gewinnt. Ja. Oder mein Internet ist ein bisschen langsam. Dadurch, dass ich... Wow. Boah, das war nicht mal mein Abschluss. Ey, das kriege ich jetzt gerade auf. Ähm... Okay. Puh, ähm... Ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Äh... 18, das kann man noch retten. Oh, ich habe jemanden getroffen. Wie cool. Ähm... Ja, wird auch nicht das gefeiert. Oh, jetzt sind beide tot. Ähm... Ich glaube, ich setze mal die Waffe. Wow, wo... Wo kam das denn jetzt her? Hier ist nichts. Habe ich noch eine... Nein, ich habe nur noch eine Rauchgranate. Die bringt einem aber auch nicht viel. Baby Wolf. Ja, würde ich sagen, Glück hast. Nein, jetzt hatte ich... Jetzt weiß ich, wo die Schüsse herkommen. Ähm... Ganz simple Sache. Man muss mich einfach nur verstecken. Ähm... Ja, und sich abschießen lassen am besten. Ja. Ähm... Blaus Team? Oder ich bin im roten Team. Verdammt. Oh, der hat mich irgendwo leckt hier, weil der hat mich schon wieder durch so'n, äh... Durch so'n Teil zerschossen. Ja, er kriegt mich nicht. Wer kann denn auch ahnen, dass da in diesem beschissenen Gang noch einer drin steht? Äh... Ah... Regeln wir das so? Boah, der hat auch geläckt, die Sau, ey. Der ist auch einfach um die Ecke aufgetaucht. Oh, der hat nur noch neun Leben, also dürfte ich ihn eigentlich gleich kriegen. Und acht Abschüsse. Nervensegel. Okay, den hab ich schon mal. Puh, okay, das, äh, sieht jetzt ganz gut aus. Oh, Abschüsse, aber immer noch nicht so gut.